Herzlich Willkommen zurück bei Fallout 4 und jetzt wollen wir mal, ist das die? Nein, die? Hallo? Oh, okay. Hat nur kurz geleckt, alles klar. Wollen wir uns mal die Stadt heute auf jeden Fall mal noch ein bisschen weiter ansehen. Gucken mal, ob wir hier noch irgendwo reinkommen. Oder so, gucken, was wir noch finden tolles. Können wir auch rein. Mal gucken. So, ist der Hund? Ja, der Hund ist mitgekommen. Okay, der wartet nicht draußen. Da wäre wieder eine Tür. Wir nehmen einfach mal wieder, so wie man es halt kennt, ne? Für irgendwas wird man es brauchen. Warte, warte, da war saubere Kleidung oder so drin. Moment. Äh, Inventar, das wollen wir uns natürlich mal angucken. Kleidung. Ehring, toll, was machen wir damit? Gut, Zeug. Ne, das ist bis jetzt glaube ich sogar fast... ...also noch das Beste. Lederrüstung, Hanisch. So. Äh, Hanisch, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Milizu, nö. Oh, nö. Raider, nö, 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 nö. Rotes Halstuch, ja, das haben wir oben. Sack, Kapuze. Ähm. Okay, klapp lass, äh, hallo, nein. So. Jetzt wollen wir mal diese Taste. Okay, vielleicht sollten wir noch Kleidung anziehen. Wollen wir einmal saubere Kleidung vielleicht. So. Mal kurz als Frage, habe ich jetzt trotzdem noch die ganze Rüstung? Okay, vielleicht brauche ich dann auch noch... Ähm, wenn wir diese ganze Rüstung anziehen, brauchen wir wahrscheinlich auch noch sowas. Genau. Und jetzt sehen wir total schick aus, würde ich sagen. Lederkombi? Vielleicht dazu. Ja. Okay, das funktioniert. Okay, dann muss man natürlich auch noch wissen, dass man das nicht mit allem immer kombinieren kann. Hier kann man noch nichts mitnehmen. Okay. Doch, da konnte man was mitnehmen. Na gut. Zigarettenautomat ist nichts. Und die ganze Flasche nehme ich jetzt nicht mit. Das ist... Ich glaube unnötig. Hallo. Ist das eine... Das ist eine Puppe. Ich lasse euch mal alleine. Würde ich sagen. Ich würde gerne die ganzen Sachen mitnehmen von euch. Kriegt das? Kriegt das irgendwie? Nein. Okay. Ähm. Huch. Na gut. Haben wir einfach mal mitgenommen. Warum auch nicht? Gucken wir mal weiter. Aber mir scheint hier tatsächlich... Nicht zu sein. Oder? Ne. Kommt man nicht rein. Okay. Ich wollte das nur kurz getestet haben. Na gut. Da können wir das Haus auch eigentlich wieder verlassen. Ne. Und dann... Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Sollen, wollen. In diese Richtung. Da lang. Wir wollen ja zu diesem... Das Ding ist ja mein Hauptziel. Da wollen wir dann auch mal hin, würde ich sagen. Das ist ja... Äh... Ich meine, es ist diese Senderstation bestimmt. Und die habe ich aktiviert. Die Quest. Wollen wir mal gucken, ob es die wirklich ist. Warte mal. Ich sollte mir vielleicht einmal ganz kurz... Äh... Doch. Vielleicht doch. Waffen mal ganz kurz. Wenn ich jetzt sage, diese hier. Und dann, äh... Favoriten zu suchen. Das wäre... Null. Okay. Aber null ist so weit. Weg vielleicht. Vielleicht... Äh... Wollte ich nicht. Ich wollte gern, dass... Hä? Haben wir hier irgendwo... Ähm... Hilfsmittel vielleicht? Blut... Mh, 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 mh. Kaugummi... Mh, mh... Mh, mh... Ja, gut. Von mir ist auch auf 4. Ähm... Was haben wir denn jetzt? Die haben wir jetzt nicht mehr auf den Favoriten. Okay. 1, 2, 3 haben wir auf den Favoriten. Kommt die wieder auf 4. Automatikpistole. Gut, Waffen sind, glaube ich, immer relativ gut zu haben. Können wir einfach mal... Ja, pack mal auf die... Pack mal auf die 6. So, was war das jetzt? Auf der 5 ist jetzt, meine ich, das Stimpack. Na gut. Vielleicht sollte ich mir auch irgendwo noch eine Nahkampfwaffe hinlegen. Wir haben hier eine Machete. Vielleicht sollte ich mir die einfach mal auf... Was weiß ich denn? Die 8 oder so legen. Ne, dann müssen wir halt nicht immer mit... Den... Also auf die 8, meine ich, drücke. Ja, haben wir auch mal eine Machete. Das für einen Nahkampf ist auch nicht so schlecht, würde ich sagen. 7 haben wir nix. 6 haben wir... 6 haben wir... So eine Knarre. 5 haben wir... Sorry, das Stimpack. Und dann haben wir die ganz normale... Oder unsere ganz normale Standardknarre. Das habe ich schon wieder ein Stimpack benutzt aus Versehen. Das ist natürlich blöd. Komme ich nirgendwo rein? Das ist ja... Es ist ja kacke, ne? Na gut. Dann können wir weiter. Wenn wir hier... Hallo, und? Wenn wir hier eh nicht reinkommen, ne? So, da vorne sieht es tatsächlich schon sehr nach dieser Sendestation aus. Das wäre super. Wenn wir dann da schon wären. Können wir das Ding nämlich holen und zur Farbe bringen. Hätten wir die Quest nämlich fertig. Das wäre geil. Muss ich sagen. Na gut. So, 82 noch. Ich denke mal Meter sind es hier. Okay, ich habe da sogar schon welche gesehen. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie leise rankommen. Die haben auch einen Hund, okay. Kampfhund, okay. Jetzt ändert mich das gerade so leicht an Far Cry. Weißt du, mit dem Reinschleichen? Da war ich nur ganz entfernt. Warte mal, kann ich irgendwie... Was? Deine Gesundheit ist niedrig. Ich benutze ein Stimpack. Okay. Alter, 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 alter. Alter. Ich sehe gar nicht mehr, wer, wo, was, wann. Krass. Können das ja auch so machen. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen. Wow, nicht einmal getroffen. Geiler Typ. So. Okay, vier Kugeln haben wir nur noch. Oh, warte hier. Hier ist was da. Alles mit. Okay. Immer schön alles mitnehmen. Ah, mal los, ne. Wollen wir mal gucken. Moment. Bitte. Okay. Na, Versteck brauchen wir, glaube ich, nie mehr sein. Okay. Okay, damit ist die Waffe nutzlos. Gut. Warte. Da ist was. Da war was. Hallo? Hier war doch gerade eben was. Da. Okay. Einfach immer nur E drücken, einfach alles mitnehmen. So ist das. Hier haben wir wieder ein Terminalzeug. Oh, ich bin... Okay, ich meine, ich bin zu schwer. Wollen wir mal gucken. Äh... Daten. Wo habe ich denn? Inventar muss ich wahrscheinlich auch einfach nur. Ähm, Kleidung. Wir können ja irgendwas wegschmeißen. Okay, wir sind genau ein Dings zu... Hier, was ist... Hier ist was mit... Achso, hier ist was mit Gewicht 1. Oh, fuck. Ich habe... Ablegen. Hau einfach alle 3 mal kurz weg. Und jetzt hatte ich... Was hatte ich eben an? Die Lederkombine. Ja. Okay. Jetzt gehe ich einmal hier. Okay, wir haben alles wieder an. Das erkläre ich sicher nicht. Okay, wir haben einen höheren Hackerskill. Ist das mein Ernst? Ich weiß, dass ich zu voll bin und habe trotzdem was mitgenommen. Äh, wie bin ich jetzt zu voll? Wieder nur ein. Okay. Übergewicht nur 0,5. Äh, ja, komm weg. So, komm, was soll ich damit? Okay, erstmal nix mehr mitnehmen. Oder kann ich hier... Äh, handeln. Patronen. Menge 9. Vamos haue ich da mit? Was ist das denn? Putzmittel, ja, komm. Nutzeröhn dista. Was habe ich denn alles für eine Scheiße mitgenommen? Blutpakete bald mal ich. Das kannst du ja... Irgendwas kannst du erstmal alles haben. Entschuldigung. Gammler Outfit. Mal gucken, ob wir hier eine Glühbirne weg... Was soll ich damit? Irgendwo werden wir es schon ablegen können. Auch die Comics kannst du ruhig tragen. Gottzeug. Ja komm, das reicht doch noch erstmal. Machen wir erstmal weiter. Wahrscheinlich ist das Terminal das da, wo wir nicht rankommen. Das wäre natürlich kacke. Warte mal, ich benutze einmal ganz kurz... Einmal ein Stimpack. Der ist gut. So. Alter. Was hat der denn für eine Waffe gehabt? Ja, ich trage schon wieder zu viel. Oh, das war eine Frau. Na gut. Ich trage gerade leider sehr, sehr viel. Okay, warte mal. Dann gehen wir nochmal kurz... Äh... Okay, diesmal sind wir sehr, 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 sehr viel zu schwer. Inventar. Diversos können wir mal gucken. H-Klammern. Gut. Die wiegen... Null. Okay, hier wiegt tatsächlich alles null. Das heißt... Moment mal ganz kurz. Haben wir die Waffe eingesammelt? Nur mal so... Minigun. Schaden 8. Die möchte ich mir gerne auf die Favoriten legen. Hallo, es ist eine... Es ist eine Minigun. Also echt. Gewicht 1. Ja. Lieber irgendwie was bei Bekleidung oder so. Wahrscheinlich lieber weg. Aber es ist eine ganze Menge, was dann wohl weg muss. Nein, war falsch. Stopp. Äh, abbrechen. Weg. Weg. Schweißerbrillen. Ach, das lohnt sich gar nicht, die wegzuschmeißen. Es lohnt sich alles nicht, wegzuschmeißen. Ach, hier wäre ja eine Karte gewesen. Okay. Gut. Hätte man ja auch mal machen können. Skills. Baba. Level ab C. Warte, warte, warte. Tönen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben wieder anscheinend wieder einen Punkt. Ausdauer mache ich mal. Äh. Annehmen. Okay. Gut. Haben wir es auch einfach mal ganz kurz nebenbei gemacht. Äh. Können wir wieder schließen. Im Momentar. Wir müssen immer noch relativ viel loswerden. Ich gucke mal kurz bei Waffen. Vielleicht haben wir ja irgendwas hier bei, was wir echt nicht brauchen. Gewicht 2,8. Gewicht 12. Lasermuskete. Gut. Hier habe ich drei von. Hm. Schmeiße ich einfach mal zwei von weg, weil Gewicht 9 heilt, ne? Springmesser hat ein Gewicht von 1, kann weg. Eine Splitter-Grenate behalte ich. Schlagring. Brauche ich auch noch einen von. Es fehlt noch irgendwas mit 1 jetzt noch. Gewicht 0,5. Gewicht 1. Raider-Leder. Ja komm. Tschüss. Hau den Milizid auch schon mal wieder weg. Okay. Ich glaube wir sollten hier nach. Ich möchte gerne mal die 0 drücken. Okay. 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 Wer schießt denn hier so doll auf mich? Wer denn da? Mann. Mann, 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 Mann. Ich will die gerne mal ein bisschen ausprobieren. Deswegen nehme ich die jetzt gerade einfach mal. Ne? Ich will lediglich eure Muni. Patronen nehmen wir mit. Mehr brauchen wir nicht. Oh, ich bin jetzt schon wieder zu schwer. Das ist natürlich was. Das nehmen wir mit. Sonst noch Munition? Ja. Okay. Ich muss wieder was wegschmeißen. Wie viel haben wir denn? Oh Gott. Wir haben so wieder. Wir haben schon wieder so viel zu viel. Ach komm. Hör doch. Scheiß auf die. Scheiß drauf. Das kriegen wir eh alles nochmal wieder. Also von daher. So. Weg. So liegt er mit. Äh, wie war das nochmal? Ah, okay. Nee, leider nicht. So. Haben wir. Ja, schön. Nimm einfach mal alles mit. So, wo haben wir mal nachgeladen? Okay. Ist schon nice hiermit. Finde ich geil. Muss ich sagen. Aber ne, ja, ne. Ist, glaube ich, eher unhandlich. Deswegen, ich wechsle einfach mal nur solange wir hier sind nochmal auf eine etwas handlichere Waffe vielleicht. Ne? Ich will immer C drücken, um hier wieder reinzukommen. In, äh, Ego. Aber das stimmt nicht. Ach, hier waren wir ja gerade. Äh. Äh, ja, warum wir mit? Warum auch nicht? Na gut, gehen wir mal hier rein. Medallion. Ja. Nehmen wir alles sonst mit. Okay, das Medallion haben wir sehr schön. Das müssen wir uns nur noch zurückbringen. Tür öffnen. Okay. Da häusbar ich mich. Oh, hier sind Viecher. Alter, was? So. Zack. Zack. Okay. Irgendwas haben wir wohl getroffen oder so. Keine Ahnung. Ah, die Schnauze. So. Bloß mal wieder jeden Scheiß mitnehmen und überladen werden. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nö. Okay. Ich glaube, wir müssen hier irgendwann nochmal zurückkommen, wenn unser... Äh, 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 äh... Dings hier. Wenn wir wieder... Also wenn wir... Äh, äh, besser hacken können. Oder so. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen wegen dem Terminal hier. Müsste ich mir mal merken. Das müssen wir nochmal machen. So, dann wollen wir jetzt auf jeden Fall noch die Quest beenden in dieser Folge. Was will ich heute eigentlich noch machen? Ne? Das möchte ich heute doch noch ganz gern getan haben, auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal weiter. Moment mal ganz kurz. Hier ist doch eine Rüstungswerkbank. Ja, das kann man dann... Machen wir später. Quest ist da hinten. Nehmen wir mit. Quest ist da hinten. Hinten wollen wir hin. Jetzt hab ich das nämlich auch gecheckt, wie man nämlich zu diesen Quests kommt. Das sind nämlich diese... Dieser Punkt ist was immer. Ich hab da nicht ganz ruhig geblankt. So. Wir haben gerade 22 von... 22 EP haben wir nochmal gekriegt. Wir können bis zu 1000 kriegen. Hab ich so gerade da rausgelesen. Weil da sind ja so viele Nullen. Äh, noch zwei Nullen übrig, ne? Ist logisch. Also das heißt, wir können bis zu 1000 EP wahrscheinlich kriegen von der Sache. Ist geil. Braucht man wahrscheinlich später auch. Weil sonst wird man wahrscheinlich nie fertig. Oder so. Keine Ahnung. So. Wie weit ist der das denn noch? Bis da hinten hin. Bis zur Farm. Das würde mich ja mal interessieren. Wahrscheinlich müssen wir wieder durch die Stadt durch. Ach, hier sind wir. Okay. Hier sind wir glaube ich auch vorhin hochgegangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier gehen wir ja auch selbstverständlich wieder hin zurück. Sobald wir die Quest hier erledigt haben, ne? Das ist ja klar. Ich wechsle mal wieder hier rein. Ich mag das irgendwie lieber. Diese Ansicht. Ich weiß nicht warum. Ich find das schöner. Auch wenn die... Ah, nicht ganz... Ich kann das schlecht erklären. Ich hab's gerne, wenn man den Charakter so vollständig sieht. Weißt du, wie bei Witcher zum Beispiel. Das hab ich gerne. Das find ich cool. Ich bin nicht so hundertprozentig der Ego-Typ. Ich mach's zwar auch... Also, das find ich nicht scheiße, aber... Was ist besser? Find ich. So. Wir scheinen da zu sein. Das freut mich ja schon dann, ne? Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Äh, Moment mal ganz kurz. Das muss ich mir angucken. Stopp, stopp, stopp. Das muss ich mir aber mal angucken. Die hat zwei Köpfe. Wie geil. Läuft bei ihr auf jeden Fall. Tomaten. Ach komm, das lass ich lieber dehnen. Ich glaube, die haben das nötiger als ich. Ich hab das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken. Nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Es ist das Mindeste, was wir tun können. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann mal wieder gute Nacht, ne? Wollte ich nur kurz abliefern. So, kann ich denn selber irgendwie pennen hier? Weil ich würde mir die Kugel ja nochmal im Tage angucken. Kann ich das hier irgendwo machen? Kann ich das? Farbe, ja gut. Ich komme auf jeden Fall hier oben aufs Dach. Spring tue ich lieber nicht. Dafür ist mir ehrlich gesagt mein Leben zu schade. Ne? Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich mich da hinten irgendwo hinschmeißen kann. Moment. Kann ich hier schlafen? Bett fremd. Hier kann... Ne, hier ist auch... Hallo? Einfach mal ausrauben. Okay. Du solltest eines Tages selbst eine Farm führen. Du hast den nötigen Bummen, das sehe ich in deinen Augen. Mhm. Wer ich den habe, ist ja gut, ne? Okay, warte mal ganz kurz. Wollen wir mal hier draußen war ja noch... ...Werkstatt. Siedler brauchen Nahrung, Wasser im Bett und Schmutzverwässer die Moral in der Siedlung, indem du diese grundlegenden Bedürfnisse bei allen Siedlungen... ...die Grundbedürfnisse im Bett... ...ja, aber... ...verwerten. Kann der jetzt hier alles verwerten, ne? Ähm, ich gucke mal ganz kurz nur einfach noch mal ein bisschen rum. Hallo? Leute, drei. Normal, 52. Sinkend. Kann ich hier auch irgendwo ein Haus hinbauen? ...oder so? Dann glaube ich, ich kann hier alles verwerten. Das ist natürlich... Ach, sowas kann ich... Ah, okay. Ich kann hier auch sowas... Aha. Das ist natürlich... Okay, ich nehme jetzt gerade hier deren Sachen aus. Na, der nächste auch. Kacke. Okay. Na gut. Das, äh... ...Halte vor, um das, um das zu öffnen, wenn du... ...dich im Bereich befindest. Mhm. Ich möchte aber gerne auch irgendwie was bauen. Na gut. Das würde ich sagen, gucken wir uns mal später an... ...in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020